In alle Straßen und Häuser, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel schreit. Er ist ein Volk und die Menschen fliegen, er ist ein Volk und die Menschen fliegen, er ist ein Volk und die Menschen fliegen, hier auf der Erde. Ich bin der Richard. Ich heiße Nadja. Ich bin der Clemens. Also ich bin die Henriette, auch in der 4A und bin neun Jahre alt. Hallo, ich bin die Leonie. Also ich bin der Basili. Also ich bin die Katharina. Ich heiße Sam, ich bin zwölf Jahre alt und komme aus der S6B. Mein Name ist Robert. Mein Name ist Valentina. Ich bin der Konstantin. Ich bin der Jan Philipp. Ich bin Mareike, ich gehe in die Q11 und bin 16 Jahre alt. Ich heiße Clara. Ich bin der Simon. Ich bin der Jan, ich gehe in die zehnte Klasse des Gymnasiums und bin 16 Jahre alt. Meine Sorgen und Ängste sind, dass ich den M-Zeug nicht schaffe. Also meine Ängste sind eher so vor Spinnen, weil die kommen auch immer in meinen Träumen vor und deswegen habe ich davon ein bisschen Angst. Meine größte Angst ist, dass ich nicht die Schule schaffe oder durchfalle. Ich habe keine Angst. Also ich habe Angst, dass sich alles um mich verändert und alle Werte und alle Sachen, die uns wichtig sind, nicht mehr die gleichen bleiben. Ich mache mir Gedanken über das, was in der Zukunft passiert und mache mir Gedanken darüber, dass wir unsere Zukunft nicht so ausleben können, wie wir das gerne hätten. Ich habe Angst davor, dass meine Zukunftschancen durch die politische Lage versaut werden. Ich finde es erschreckend, was es gerade politisch für einen Rechtsruck gab und wie salonfähig inzwischen manche Begriffe wieder geworden sind. Meine Ängste und Sorgen sind, dass man mit Leuten wegen ihrer Meinung zunehmend nicht mehr diskutieren kann. Ich finde es echt toll an unserer Schule, dass wir die Möglichkeit haben, wahnsinnig viele Sachen auszuprobieren im Rahmen von Wahlangeboten, im Rahmen von Austauschprogrammen. Und ich denke, das hat nicht jede Schule und das finde ich echt super. Der Pausenhof ist auch sehr groß und da können wir viel machen. Mir gefällt besonders das große Musikangebot vom Sinfonieorchester zur Big Band über das Musical. Dass wir so eine große Gemeinschaft sind und dass die Schüler hier die Möglichkeit haben, mitzubestimmen. Ich mag die Schule. Mir gefällt an unserer Schule, dass wir eine große Familie sind und immer füreinander da sind, wenn wir Hilfe brauchen. Mir gefällt besonders, dass die Lehrer sehr nett sind und dass wir halt Lehrer haben, die einem helfen. Dass wir eine Schule ohne Rassismus sind und dass wir also eine gute Gemeinschaft sind und immer wenn Probleme sind, das auch lösen können. Mir gefällt am besten an unserer Schule, dass wir eine Gesamtschule sind. Die Lehrer sind cool, ich habe viele Freunde. Mir gefällt auch die Andacht. Ich finde das Wahlfachangebot an dieser Schule hier sehr toll. Also es gibt für jeden eigentlich einen Bereich, wo man Spaß daran kann. Gut an meiner Schule finde ich, dass sie sich öffentlich gegen Rassismus ausspricht. Und das finde ich die Löwe-Schule echt super. Und das finde ich die Löwe-Schule.